Der Broker handelt nicht nur als Importeur und Exporteur von Dinos. Offensichtlich erschafft er sie auch. Wir müssen zu Ende bringen, weshalb ihr hier seid. Wir sollten lieber nicht voreilig sein. Ja, ihr Lieben, es ist soweit. Das Warten hat endlich ein Ende seit dem 17.10. Um 9 Uhr morgens war es gewesen, meine ich, können wir die zweite Staffel der Netflix Jurassic World Animationsserie Jurassic World Chaos Theory endlich komplett durchschauen. Ja, alle zehn Episoden wurden auf einen Schlag veröffentlicht. Eine Episode hat so ungefähr eine Laufzeit von 20 Minuten. Und in diesem Video hier werde ich dir jetzt erzählen, ob es sich lohnt, die Serie zu schauen oder vielleicht auch doch nicht. Dabei sei aber eines ganz klar gesagt. Ich werde hier keine Spoiler raushauen. Das hier ist ein spoilerfreies Review. Eine spoilerfreie Review. Deswegen auch eine Bitte an euch da draußen, die die Serie schon gesehen haben. Dann bleibt doch in den Kommentaren komplett spoilerfrei. Und nein, weil die Frage immer wieder auftaucht, auch ein Achtung Spoiler und danach spoilert ihr zählt hier nicht. Bitte einfach nicht spoilern. Wir werden am 20.10. auf meinem Kanal einen großen Live-Spoiler-Talk halten. Zusammen mit Mirko vom Prehistoric Zone. Der Raum dazu ist schon offen. Den habe ich dir mal da oben verlinkt. Da kannst du gerne mal draufklicken. Wenn du das Video erst nachträglich siehst, dann wird der Livestream wahrscheinlich eh schon öffentlich sein. Findest du alles über den Link hier oben. Denn ab dem Augenblick, sobald dieser Livestream dann am 20. stattfindet, um 16.30 Uhr habe ich es angekündigt, meine ich, ab dann könnt ihr spoilern, wie ihr wollt. Unter jedem meiner Videos könnt ihr dann Spoiler drunter hauen. Aber bis dahin, das sind noch zwei Tage, schafft ihr es doch bitte nicht zu spoilern. Einfach aus reiner Fairness gegenüber der anderen. Das wäre wirklich super. Und jetzt würde ich einfach sagen, starten wir rein in den spoilerfreien Talk zu Jurassic World Chaos Theory Staffel 2. Los geht's. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich muss zugeben, dass ich bei dieser Kinderserie, wir dürfen nicht vergessen, die ganze Geschichte ist immer noch als Kinderserie gekennzeichnet. Darüber sprechen wir aber auch gleich nochmal. Ich bin da so unfassbar gehypt drauf. Jedes Mal, wenn ich über dieses Thema rede, jedes Mal, wenn ich davon irgendwelche Episoden schaue, auch wenn es alte Episoden noch von Camp Cretaceous sind, da kommt so das Kind in mir wieder raus. Die Serien machen, und ich wiederhole es so häufig, dass es euch wahrscheinlich aus den Ohren wieder rauskommt, aber es muss einfach sein für die Letzten da draußen, die immer noch das Gefühl haben, die Serien nicht schauen zu wollen, weil es ist ja eine Kinderserie mit lustigen Animationen. Die Serie ist so viel besser als alles, was Jurassic World in Filmform rübergebracht hat, gerade wenn es um die Figuren geht. Die Hauptcharaktere hier sind so gut geschrieben. Die haben Hintergrundstorys und eben so viel Tiefgang. Die gesamten Geschichten werden zum Teil wirklich persönlich und sowohl Erwachsene als aber auch Kinder können sich hier in bestimmte Figuren auch selber reinversetzen und Dinge nachvollziehen, die da abgehen, weil hier auch wirklich erwachsenere Themen angesprochen werden. Was ich ziemlich interessant finde, nur mal als Beispiel jetzt, um mal in die Vergangenheit zurückzugucken. In Jurassic World Camp Cretaceous haben wir einfach das Thema Verlustängste gehabt. Ja, Darius und sein Vater hier als Stichwort, das wurde hier kurz behandelt und die gleiche Nummer hatten wir auch später da noch in Jurassic World Chaos Theory. Die Serie, die ohnehin schon wesentlich erwachsener war als Camp Cretaceous. Auch da wurde diese Thematik nochmal ganz kurz aufgegriffen mit Kenji und seinem Vater. Schaut euch die Animationsserien an, es lohnt sich. Ich werde jetzt hier nicht mehr groß auf das eingehen, was in Staffel 1 passiert ist. Das heben wir uns dann für den großen Livestream auf. Das heißt, wenn du Staffel 1 nochmal Revue passieren möchtest, dann kann ich dir da oben auch gerne nochmal meinen Live Talk oder meine Review, meine Zusammenfassung aller vorherigen Staffeln verlinken. Die findest du jetzt da oben, schaust dir gerne nochmal an. Wir gehen jetzt hier direkt rein mit Staffel 2 von Jurassic World Chaos Theory. Denn die setzt direkt am Ende von Staffel 1 an, beziehungsweise fast direkt. Am Ende von Staffel 1 haben wir ja gesehen, wie unsere Helden mit dem Schiff losgefahren sind, um den mysteriösen Broker aufzusuchen. Da war es glaube ich noch so Abenddämmerung gewesen. Jetzt bei Staffel 2 ist es eben einfach mitten in der Nacht. Das heißt, wir haben halt ein paar Stunden Zeitsprung wohl. Und ja, diese gesamte Schiffsszene, die kennen wir leider schon. Da muss ich sagen, wir haben die ersten drei Folgen ja live zusammen geguckt, hier auf YouTube und auf Twitch. Und da habe ich auch gesagt, dass ich mit Episode 1 nicht ganz so geil reingestartet bin, wie damals bei Chaos Theory Staffel 1. Weil der allererste Teaser, den wir zur Staffel 2 bekommen haben, war ein Clip von der ersten Episode auf diesem Schiff. Da haben wir verraten bekommen, okay, hier brechen jetzt Dinosaurier aus. Deswegen ist das auch kein Spoiler. Das haben wir im Trailer gesehen und in dem Clip, der offiziell veröffentlicht wurde. Das wussten wir also jetzt schon. Dann haben wir ebenfalls noch den ersten offiziellen Trailer bekommen und auch der hat uns dann weitere Szenen von diesem Schiffvorfall gezeigt. Dann haben wir sogar noch einen zweiten Trailer bekommen und da haben wir dann einfach gesehen, wie die ganze Nummer ausgeht. Das heißt, wir wussten durch den Trailer, wie unsere Helden da wieder rauskommen. Ich werde es jetzt hier mal nicht verraten, nur für den Fall, dass ihr die Trailer vielleicht auch nicht gesehen habt. Deswegen, ich wusste quasi, okay, das passiert, das muss noch vorkommen und so geht es aus. Dann kommt man natürlich da ein bisschen entschleunigter rein, weil man eigentlich darauf wartet, irgendwas Neues zu sehen. Und das war halt nichts Neues, wir hatten es eben schon. Auf jeden Fall nach dem Vorfall. Ich werde nicht verraten, wie er ausgeht, aber unsere Helden kommen dann irgendwie in Westafrika an. Das ist wichtig für meine Review jetzt, denn wir haben zwei verschiedene Storystränge. Storystrang Nummer 1 behandelt eben unsere übrigen Nubla 5, die immer noch auf der Suche nach dem Broker sind und eben herausfinden wollen, warum Brooklyn getötet wurde. Ja, die wissen ja noch nicht, dass Brooklyn noch am Leben ist. Wir wissen das schon, wegen Staffel 1 am Ende. Deswegen haben wir unsere Nubla 5 in einem Afrika-Setting. Da haben wir Storyline Nummer 1. Nummer 2 der Story beschäftigt sich dann ganz intensiv mit Brooklyn selber. Auch das haben wir in den Trailern ja schon gezeigt bekommen. Hier werden uns Episoden präsentiert, die Flashbacks beinhalten und so ein bisschen auch mehr beleuchten, was Brooklyn eigentlich wirklich macht, warum sie das Ganze macht, was früher wirklich passiert ist, wie sie den Angriff mit dem Allosaurus überlebt hat und eben nur den Arm verloren hat und so ein paar Sachen. Das ist eine relativ schöne Idee gewesen, das wirklich so aufzubauen, denn so schneiden wir immer hin und her und behandeln dann verschiedene Themen, die dann aber im Endeffekt zu einem großen Ganzen zusammenführen. Ja, das große Ganze hier in der Geschichte ist im Endeffekt der Broker, könnte man sagen. Da werde ich im Spoiler Talk nochmal genauer drauf eingehen können, ist jetzt hier ein bisschen schwieriger. Aber auf jeden Fall, in Staffel 1 hatten wir eben das Mysterium um Brooklands Tod und haben dann eben herausgefunden, als großer Cliffhanger oder als großer Twist, okay, die lebt noch. In Staffel 2 ist dieses Mysterium der Broker, würde ich mal behaupten, so das zentrale, der zentrale Fokuspoint. Und ja, beginnen wir erstmal mit den Dingen, die mir an der zweiten Staffel extrem gut gefallen haben. Was soll ich sagen? Ich erwähne es immer wieder und ich erwähne es so gerne. Die Charaktere. Es ist einfach unfassbar, dass man so darauf achtet, was davor in den Episoden passiert ist, was in den Staffeln davor passiert ist. Und in Staffel 1 habe ich ja in meinen Episoden-Reviews, glaube ich, sehr, sehr häufig die Geschichte von Sammy und Jess gelobt. Eher von Jess die ganze Storyline. Weil sie hat eben seit den Ereignissen von Camp Cretaceous so ein Trauma vor Dinosauriern. Das hat man eben bis in Chaos Theory weiter reingetragen und dann die ganze Nummer eben mit behandelt. Das heißt, Jess ist die Figur gewesen, bei der wir wirklich gemerkt haben, dass es Konsequenzen aus dem gegeben hat, was davor passiert ist. Und zwar mehr als bei allen anderen. Jetzt haben wir hier eine neue Figur, die ebenfalls wieder konsequent weitererzählt würde. Und das ist der liebe Kenji. Kenji ist in Staffel 2 wieder der lustige Clown, den wir kennen. Das haben wir auch schon im Trailer gesehen, wie er dann vor die Brachiosaurus geht und dann seine Faxen und seine Grimassen macht. Weil er den Leuten beweisen will, dass Brachiosaurier eigentlich sehr gemächlich sind. Und dass die überhaupt nicht erschrocken werden können. Und Kenji bringt hier in der Episode so ein paar Momente, die einfach saublöd sind. Im positiven Sinne, das sind so richtige Kenji-Aktionen eben. Und wenn man das jetzt so hört, könnte man meinen, okay, aber brauchen wir das. Weil Kenji ist ja auch erwachsener geworden, logischerweise. Die sind ja alle herangewachsen. Kenji allerdings ist jetzt in Staffel 2 wieder der Kenji aus Camp Cretaceous. Das Ding dabei ist nur, dass Kenji sich jetzt so seltsam verhält, weil er es nicht schafft, den Tod seines Vaters zu verarbeiten aus Staffel 1. Den Tod seiner Ex-Freundin zu verarbeiten, weil er immer noch nicht weiß, dass sie ja noch am Leben ist. Und auch nicht so ganz damit klarkommt, dass ja Darius und Brooklyn irgendwie, dass da keine Ahnung, was passiert ist. Deswegen fand ich, für mich zumindest, stand der Fokus bei den Figuren dieses Mal extrem stark auf Kenji. Das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Auch die anderen Figuren werden super schön weitergeschrieben. Die ganze Dynamik mit Sammy und Jess klappt genauso gut wie in der Staffel davor. War einfach super geil. Weil auch Darius und Ben natürlich, Ben ist immer wieder hier dafür da, um bestimmte Gags zu bringen, um die Situation aufzulockern. Darius auch weiterhin sehr sympathisch. Wir bekommen eine neue Figur in dieser Staffel eingeführt. Die heißt Zayna. Das ist eine, ja, eine afrikanische Einheimische. Ein kleines 14-jähriges Mädchen. Was interessant ist, weil ich meine mich dran zu erinnern, dass tatsächlich unsere Noobla 6 zu den Ereignissen von Jurassic World Camp Cretaceous auch 14 gewesen sind. So um den Dreh rum. 13, 14, 15. Und ich glaube, dass man hier und da auch kleine Referenzen an das einbringt. Auf jeden Fall ist Zayna jetzt irgendwie Teil unserer Gruppe. Das haben wir auch schon alles im Trailer gesehen. Und ist natürlich für Exposition und für Erklärung und ebenfalls auch für einen Teil der Handlung damit verantwortlich. Und auch hier muss ich sagen, ey, Zayna funktioniert für mich super gut. Das ist eine sehr sympathische Figur. Und es gab hier einen ganz kurzen Moment, wo ich wieder dann kurz inne gehalten habe und mir gedacht habe, oh nein, bitte macht jetzt hieraus nicht so einen komischen Zickenkrieg. Stichwort Sammy und Zayna. Da gibt es dann so einen ganz kurzen Moment. Und nö, das wird ganz cool aufgelöst. Zayna zeigt immer wieder auch das, die irgendwie verstanden haben, wie man gute, starke weibliche Figuren schreibt. Das ist ja heutzutage auch so ein Ding, dass man das immer versucht, so künstlich irgendwo reinzudrücken. Und da meistens kommt es halt sehr seltsam rüber. Das klappt ja alles wunderbar. Wir haben Sammy, wir haben Yes, wir haben Zayna. Habe ich jemanden vergessen? Brooklyn. Auch das mit Brooklyn muss ich ganz kurz nochmal erwähnen. Wo wir uns auch irgendwie alle gedacht haben, okay, bitte wird sie jetzt nicht hier so diese coole Cyberpunk-Brooklyn, die so ähnlich wie Mila Jovovich in den Resident-Evil-Filmen einfach zu cool ist für alles. Einfach jemand, der, ja, die einfach dann irgendwie, was weiß ich, übercool durchs Bild läuft, während im Hintergrund Explosionen kommen. Da kann ich ganz klar sagen, das ist überhaupt nicht so. Also Brooklyn ist immer noch Brooklyn. Mit kleinen Veränderungen. So von ihrer Art her, da hat sich was getan, definitiv. Ich will dir nicht verraten, worum es genau da geht, aber das ist eben einfach noch Brooklyn. Die erkennen wir. Und das finde ich cool. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch was sie da mit Brooklyn an sich anstellen. Ich sage mal so viel. Ich habe einmal erwähnt, dass ich das Gefühl habe, dass man Brooklyn in Staffel 1 den Arm hat verlieren lassen, weil man sich gesagt hat, man möchte möglicherweise, und das finde ich überhaupt nicht schlimm, beeinträchtigte Menschen hier repräsentieren. Menschen mit Behinderung, Menschen, die vielleicht Gliedmaßen verloren haben. Staffel 2 hat das so ein bisschen bestätigt. Dass sie den Arm verloren hat und dass sie diesen Stumpf noch hat, das wird hier öfter thematisiert. Und es wird auch thematisiert durch reines Show-Don't-Tell. Super geil, wie Brooklyn sich dabei fühlt, wenn man sie darauf anspricht oder wenn jemand ihren Stumpf anstarrt. Das war so ein Ding. Das hat super gut funktioniert. Es gibt genug Beispiele, wo das einfach nicht klappt. Jurassic World Camp Cretaceous ist eine der Serien. Ey, geil. Mir wäre hier nicht aufgefallen, dass das hier alles so in so eine Political Correctness-Geschichte eingebunden wird. Weil wenn das so passiert, wie hier in der Serie, dann macht das so. Disney, hier könnt ihr euch eine Scheibe von abschneiden. So funktioniert es einfach. Das ist ziemlich geil gewesen. Ja, kommen wir zum Fokuspunkt. Und die Dinosaurier, die sehen, glaube ich, noch mal geiler aus als in Staffel 1, wenn das möglich ist. Wir haben hier bestimmte Nahaufnahmen von einem bestimmten Atrozi-Raptor, wo ich auch nicht verraten will, welcher das ist. Man kann es sich vielleicht auch denken, wenn ich es jetzt so sage, aber da gibt es auch wirkliche Nahaufnahmen von dem. Und ich dachte mir, wenn ich diesen Atrozi-Raptor jetzt nehme und in den Realfilm Jurassic World Dominion rein Photoshoppe, ich glaube, da würde niemand merken, dass dieser Atrozi-Raptor aus einer Animations-Kinderserie da rein gephotoshoppt wurde. Zum Thema Kinderserie nochmal ganz kurz. Ja, Jurassic World Chaos Theory ist als Kinderserie gelistet. Hat auch, glaube ich, ein FSK 6 immer noch. Das Einzige, was diese Serie davon abhält, ein FSK 12 zu bekommen, ist, dass wir eben, genau wie auch in Staffel 1, die Tode, die hier passieren, sehr kaschiert bekommen. Sehr clever kaschiert, aber wir kennen es ja. Dann wird irgendwie jemand hinter einem Baumstamm gefressen oder wir hören nur Schreie in einem dunklen Tunnel oder ähnliches. Es wird eben einfach nicht gezeigt. Wenn das anders wäre, denke ich mal, dass wir wirklich ein FSK 12 bekommen würden. Und ich würde ganz ehrlich sagen, ey, wenn ihr bei Staffel 3 jetzt noch einen draufhauen wollt, dann macht das ganze FSK 12. Die Kinder würden es trotzdem schauen, weil die Serie ja einfach ziemlich geil ist. Die Geschichte mit dem Broker wird hier auch solide weitererzählt. Da habe ich so meine Schwierigkeiten damit gehabt. Ich erkläre auch dann mal im Livestream dann erst, warum, wo da meine Problemchen dann dabei sind. Aber an sich kann man wirklich sagen, dass Staffel 2 sich einfach verdammt gut anfühlt. Das ist wirklich eine direkte Fortsetzung zu Staffel 1 logischerweise. Aber es fühlt sich auch wie in so einem schönen Flow an. Hat mir alles unfassbar gut gefallen. Und ich muss sagen, ich hatte hier dasselbe Problem gehabt damals wie in Jurassic World Camp Cretaceous. Staffel 1 habe ich, glaube ich, dreimal neu angefangen zu gucken, weil ich Episode 1 und 2 nicht so wirklich geil fand. Das habe ich hier auch gehabt, das Problemchen. Episode 1 kannte ich eben schon. Episode 2 ist dann so ein bisschen vor sich her gedümpelt. Episode 3 von Staffel 2. Da habt ihr mich auch drauf hingewiesen da draußen. Ohne Spoiler, vielen Dank dafür. Episode 3 catcht euch komplett rein. Kommen wir jetzt zu Dingen, die mir nicht so gut gefallen haben. Zuallererst fällt mir hierbei ein, unsere Dinosaur Liberation Now Gruppe. Also die Typen mit der Dino-Maske auf dem Kopf. Ja, dieser Kult, den ich hier auch angesprochen hatte. Erstmal heißen die wirklich so. Dinosaur Liberation Now ist nicht einfach nur eine Forderung. Das ist der Name der Organisation. Was sehr komisch ist manchmal, gerade in der deutschen Aussprache. Zur deutschen Synchro komme ich aber gleich auch nochmal. Da heißt es, glaube ich, BBD befreit. Nee, BDD befreit die Dinosaurier eben einfach. Und keine Ahnung, ist halt ein relativ einfallsloser Name, bin ich irgendwie der Meinung. Was die mit denen gemacht haben, fand ich nicht so cool. Da habe ich mir einfach mehr erhofft. Ich war mit dem Weg, den sie damit gegangen sind, irgendwie unzufrieden. Und es hat sich so ein bisschen angefühlt, wie wer Star Wars von damals kennt. Die Knights of Ren in Episode 9. So ähnlich hat sich das irgendwie auch hier angefühlt. Das war sehr unbefriedigend im Endeffekt. Dann haben wir einen klitzekleinen Moment, wo ich wirklich auf den Tisch gehauen habe, mir gedacht habe, man Netflix, ihr habt das die ganze Zeit so geil gemacht. Und da geht es um das Thema, wirklich um das Thema Political Correctness. Ich habe es eben gerade noch gelobt, dass das hier super funktioniert. Bis auf diesen einen kleinen Aussetzer. Es gibt einen Moment in der Serie, ich will nicht sagen, was passiert, wo dann aber auf jeden Fall eine der weiblichen Figuren eine andere an den Schultern packt und sie einfach lobt. Und uns dann quasi in die Kamera sagt, du bist eine sehr starke, introvertierte, selbstbewusste Frau. Auf eine Art und Weise, wo man ganz klar merkt, okay, die wollen jetzt, dass der letzte Idiot das auch wieder merkt. Das ist so ein Moment, das hättest du nicht sagen müssen. Da bin ich ganz kurz drüber gestolpert. Das ist jetzt kein großer negativer Punkt, aber da habe ich mir gedacht, ihr habt das doch viel geiler gemacht. Ihr habt das doch auch gezeigt mit Jess und Sammy, als die beiden zusammengekommen sind. Und da hat ja auch keiner gesagt, ihr seid homosexuell und das ist vollkommen okay. Nee, es war einfach okay, weil es ist okay. Es ist was komplett Normales und die Serie hat es ebenfalls auch normal dargestellt. Nur dann eben bei dem einen Moment, da musste dann erklärt werden, das war gerade nochmal cooler, weil du eine Frau bist und das gemacht hast. Da habe ich mir gedacht, na, da war ein kurzer Stolperstein. Da ist vielleicht mal ganz kurz Disney am Set gewesen, hat irgendwie mal kurz die Regie übernommen. Am Set vor allem, ist eine Animationsserie. Ist egal, auf jeden Fall, das war so ein ganz, ganz, ganz kleiner Stolperstein. Passiert aber auch wirklich nur einmal ganz kurz und danach nie wieder, von daher gegessen. Ein etwas größerer Kritikpunkt, den ich hier anzubringen habe, ist leider die gesamte Storyline in Afrika. Ich meine damit wirklich die gesamte Storyline in Afrika. Ich würde nicht sagen, dass ich die komplett schrottig fand. Ich finde sogar, dass wir hier mit jeder einzelnen Episode unseren Spaß haben. Jede Episode, auch die, die in Afrika komplett spielen, die machen Spaß. Auch das, was in Afrika passiert, macht Spaß in einzelnen Episoden betrachtet. Im gesamten Konzept aber, fühlt sich die gesamte Afrika-Nummer unfassbar seltsam, nichtssagend aus. Das Ganze führt sehr, sehr lange nicht wirklich weiter. Man könnte die Metapher anbringen, wir dümpeln hier sehr lange einfach nur in seichtem Gewässer. Und dann kommen wir irgendwann an so einen Punkt, wo die Geschichte einfach weitergeht. Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt können wir das, was eben gerade die ganze Zeit behandelt wurde, seichtes Gewässer, einfach beiseite lassen. Jetzt erzählen wir die Geschichte weiter. Auf einmal finden die heraus, oh nee, wir müssen nochmal zurück, wir haben was vergessen. Und da müssen sie wieder zurück. Und ich dachte mir, okay, das ist eine ganz komische Idee gewesen. Da passiert dann zwar auch was, wenn sie wieder zurückgehen. Aber das, was da passiert, hätte auch einfach auf dem anderen Weg passieren können, ohne dass die Story jetzt nochmal zurück dahin muss, wo wir gerade herkommen. Afrika war wirklich, ich fand, es hat sich sehr lang gezogen. Auf der einen Seite. Was ich wiederum aber sehr schön fand, ist die neue Familie da in Afrika, eben diese Zayna und ihre Mutter. Das ist schon sehr schön. Die leben da mit Dinosauriern sehr im Einklang. Und ja, bis auf so ein, zwei Sachen, da muss ich auch wieder sagen, es passiert ein einziges Mal wieder etwas, wo ich auch im Livestream drüber gemeckert habe. Menschen, die auf Dinosauriern reiten, ist ja einfach nur das Stichwort, wenn ich das sehe, ich finde das ganz seltsam. Und ihr habt vollkommen recht, wenn ihr sagt, ja, aber ich meine, gerade in Afrika reiten die auch auf Elefanten. Warum ist dann das für dich ein Problem? Und ich habe keine Ahnung, warum ich das so befremdlich finde, wenn ich da einfach Menschen auf Dinosauriern reiten sehe. Vielleicht, weil man es einfach auch so nicht kennt, aber uns wird hier sehr, sehr stark eine andere Seite auch gezeigt. Eine sehr interessante Seite der Geschichte, weil Zayna nämlich öfter darauf hinweist, in Afrika versuchen wir jetzt einfach mit Dinosauriern zu koexistieren. Wir wollen das jetzt hier hinbekommen, weil die sind jetzt ja überall. Was sollen wir machen? Und dieser Ansatz wird zu Beginn wirklich cool verfolgt und dann irgendwann ist der einfach weg. Und dann sind wir, wie gesagt, in seichtem Gewässer, lange Zeit, lange, lange Zeit und dümpeln so vor uns rum. Das fand ich ein bisschen schade. Es gibt auch keinen Grund, warum sie wirklich in Südafrika sind. Also die gesamte Geschichte hätte auch irgendwo anders spielen können. Aber ich dachte, da ist mehr dahinter. Ich dachte, es gibt einen Grund wegen Südafrika. Und ja, vielleicht kann man sich dann da noch was zusammenspinnen mit dem Ende dann der Staffel, worauf wir jetzt aber hier nicht eingehen können. Ja, so ein kleiner Kritikpunkt. Weil genau da hingegen als Kontrast, während wir hier relativ wenig vorankommen und sehr viel auch, was wir uns in Staffel 1 erarbeitet haben, wird erstmal wieder weggenommen. Und dann ist die gesamte Brooklyn-Story unfassbar interessant. Die ist so doppelt so interessant wie alles, was in Afrika passiert. Denn da erfahren wir plötzlich so ganz viele Dinge. Wir erfahren nahezu alle Rätsel, die wir am Ende von Staffel 1 noch hatten, die werden hier erklärt. In Brooklands Geschichte. Nicht in der anderen Storyline. Und ja, und da kann man auch wieder einen kleinen Kritikpunkt anbringen, dass wir, finde ich, zu früh Lösungen auf Fragen bekommen. Weil sobald wir die alle haben, habe ich mir gedacht, okay, jetzt wissen wir das alles. Was machen wir jetzt? So, das ist so, wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Und die Serie ist sich da nicht so ganz sicher, habe ich das Gefühl. Darüber quatschen wir aber im Live-Talk nochmal ein bisschen genauer. Außerdem fand ich auch, Afrika wurde mir persönlich, ey, ist nur meine Meinung jetzt hier, nicht so schön dargestellt, wie ich es mir gerne erhofft hätte. Ich mag die afrikanische Kultur. Ich finde das geil. Gerade eben so diese romantisierte afrikanische Kultur. Dieses ganze, ja, dieses ganze völkische Zusammenstehen. Und das hast du hier irgendwie gar nicht. Wir haben hier zwei, drei Sets. Wir sehen auch, glaube ich, nur drei, vier Personen, die da rumlaufen. Das kommt ein bisschen komisch rüber zum Teil. Als werden da einfach nur so Sets aufgebaut und ab und zu läuft halt mal so einer durch. Und dann kommen wir nochmal zu Synchro. Die deutsche Synchronisation ist in der Regel gut. Die ist auch hier solide. Aber was haben die hier mit den Akzenten gemacht? Also, wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid, schaut die Serie auf Englisch. Auf jeden Fall. Ich bin darüber gestolpert, weil, als wir Zayna kennenlernen, haben sie, es fällt auf, dass sie versucht haben, Zayna einen Akzent anzudichten. Was vollkommen okay ist. Nur sollen wir ja auch, das kennen wir ja auch aus Marvel zum Beispiel mit Black Panther, der ja auch diesen afrikanischen Dialekt hat. Und das hört man raus. Der Dialekt, den sie jetzt hier komischerweise allen afrikanischen Frauen gegeben haben, ist einfach, dass die halt lispeln. Die sagen halt nicht, ich versuche jetzt die Rasierschaumdose aufzuschießen. Die sagen, ich versuche jetzt die Rasierschaumdose aufzuschießen. Die reden wirklich so. Die reden so, wie unsere Protagonistin in Jurassic Park The Game redet. Und ich habe mir gedacht, okay, ist eine seltsame Entscheidung. Aber dann fällt auf, dass dann irgendwann Zayna mit ihrem Vater telefoniert. Und der hat einen ganz normalen afrikanischen Dialekt, wie wir ihn auch bei uns in der deutschen Übersetzung kennen. Eben den T'Challa aus Marvel-Dialekt. Und ich dachte mir, wie kann das sein? Ja, die Antwort darauf ist, dass die Synchronsprecherin wohl einfach den afrikanischen Dialekt nicht hinbekommen hat. Und ich denke mir, hatten wir uns in Deutschland nicht früher mehr Mühe bei Synchro-Stimmen gegeben? Also, keine Ahnung, wenn du doch sagst, wir wollen jetzt hier eine afrikanische Person synchronisieren. Und da ist dann die Voraussetzung ja scheinbar gewesen, dass sie einen Dialekt hat. Und dann castest du jemanden und merkst, die kann den Dialekt nicht. Wie kommst du dann auf die Idee zu sagen, ach egal, dann lispel einfach. Finde ich eine ganz komische Entscheidung hier. Und das fällt definitiv auf. Und gerade, wenn ihr euch mal anhört, wie Zayna im englischen Original spricht. Und dann eben nochmal in der deutschen Sprache. Und wir haben hier noch eine andere Figur. Es taucht noch eine andere Figur auf, die ich hier nicht spoilern will. Vielleicht eher ein Cameo, könnte man sagen. Vielleicht auch was Größeres. Wir kennen die Person allerdings auch aus den Original-Jurassic-Filmen. Ich sag ja auch nicht aus welchem. Aber auch die Person müsste eigentlich einen Akzent haben. Und nein, das haben sie einfach ganz rausgelassen im Deutschen. Und ich dachte mir, also, es ist ganz komisch, die Entscheidung. Und dann switchst du auf Englisch um und dann passt das alles wieder. Also, die ganze Geschichte mit den Akzenten, die hier gesetzt werden sollen, hat hier gar nicht funktioniert. Und gerade bei Zayna hoffe ich, dass sie dann entweder in Staffel 3, dass sie dann der Synchronsprecherin, die den Rest wirklich gut macht. Die hört alles super gut, bis auf den Akzent. Entweder bringt ihr das bei. Habt ihr jetzt ja ein bisschen Zeit. Oder ihr müsst sie halt dann doch austauschen. Oder ihr lasst es einfach ganz weg. Dann lasst es einfach ganz weg. Aber einfach zu sagen, Lispel halt immer, wenn SCH gesprochen wird, das passt schon. Nee, das war ganz, ganz, ganz seltsam gewesen. Kommen wir jetzt hier zu meinem Fazit. Und ich weiß, es gibt noch viel mehr Punkte, die wir eigentlich besprechen müssten. Aber die gehören dann eben in den Spoiler-Talk. Hier oben nochmal der Link. Klickt da oben drauf. Da kommt ihr direkt in den Live-Chat-Room mit rein. Und könnt schon vor Start des Livestreams chatten. Und könnt ihr auch gerne spoilern. Mein Fazit hierbei ist definitiv, die Serie macht Bock. Staffel 2 hat einen sehr geilen Aufbau. Sie reiht sich nahtlos in das an, was davor passiert ist. Sie berücksichtigt vor allem Ereignisse. Sogar aus Camp Cretaceous. Und baut das hier wieder mit ein. Die Figuren funktionieren. Wir bekommen neue Dinosaurier. Ey, bei Jungasaurus, den wir auch schon im Trailer gesehen haben, geil. Der Suchomimus, den wir auch schon im Trailer gesehen haben, super geil. Da habe ich ja gesagt, vielleicht wird er mein neuer Lieblings-Dinosaurier und wird den Spinosaurus ersetzen. Das kann ich hier vielleicht auch mal auflösen. Hat er nicht geschafft, nein. Aber trotzdem, super geiles Design. Wir haben hier noch mehr Dinosaurier, die auch auftauchen. Und das macht alles sehr viel Spaß, damit zuzugucken. Wir haben ein paar Tode, die ziemlich heftig waren zum Teil. Wo ich mir auch gedacht habe, oh Holla, für eine Kinderserie. Nur offizielle. Schon ganz krass. Gerade im Ende hin passieren nochmal ein paar Dinge. Ich sage nur Stichwort Baryonyx. Wo ich mir auch gedacht habe, okay, das ist aber auch krass für eine Kinderserie. Naja. Das sind alles super geile Sachen, die hier funktionieren. Wir haben hier einfach ein, zwei Abstriche. Und ich finde, wie gesagt, der gesamte Afrika-Paar zieht sich dann doch schon stark in die Länge. Müsste ich jetzt hier ein Fazit bringen. Was für eine Staffel hat mir besser gefallen? Eins oder zwei? Dann würde ich hier noch sagen, die erste Staffel. Wenn ich der ersten Staffel eine 10 von 10 geben würde, würde aber Staffel 2 definitiv eine 8 von 10 bekommen. Aber die beiden Punkte muss ich eben abziehen. Ja, also wenn ihr bisher immer noch nicht angefangen habt, die Animationsserien zu schauen, dann wird diese Serie hier jetzt auf gar keinen Fall der Punkt sein, wo ihr alle sagen müsst, ha, wenn das eh so schlecht wird, dann kann man das auch sein lassen. Auf gar keinen Fall. Staffel 2 von Jurassic World Chaos Theory liefert ab. Macht Spaß. Hat krasse Action. Hat coole Tode mit drin. Coole Dinos. Geile Charaktere. Ein, zwei Punkte, die eben mir jetzt negativ aufgefallen sind. Aber ebenfalls auch ein Ende, über das man sehr wahrscheinlich sprechen muss. In diesem Sinne, ihr Lieben, rankt doch mal für mich die beiden Staffeln Chaos Theory, wenn es maximal 10 Punkte gibt und schreibt es mir in die Kommentare unten rein mit vielleicht noch einer kleinen Begründung. Ich freue mich drauf und zwei Tage noch warten, bis ihr spoilern könnt. Tief durchatmen. Ihr schafft das. Ich glaube an euch. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.